Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Daisy Standalone. Mit mir FlashD Tut's in Place. Und heute bin ich wieder unterwegs auf dem Private Server von Selbstjustiz. Und hab auch schon zwei nette Kollegen getroffen, die sogar deutsch sind. So, wir sind hier gerade in Elektro unterwegs. Wir laufen eigentlich sehr offen Richtung Fire Station. Siehst du da oben auf dem Dach was? Komm, hier liegt nichts. Komm, hier liegt nichts. Wir sind hier, wir sind hier sehr offen. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Na, der eine hält nur aus, schau, anscheinend ist hier jemand. Wir sind hier, 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 wir sind hier Leute , Magi 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 Hello حر انا , we sind by gente , we are friendly Ok Seid ihr oben oder was? Jo Komm mal runter, pack die Waffen weg Wir sind zu zweit, ganz ruhig Wie viele Seiten hier? Hey, was? Wie viele Seiten eigentlich? Acht Leute! Wie viel wir sind? Ja, Acht Leute! Ja, wir sind zu dritt Ich komme auch rein, nicht zu dritt Ok, ok, ich gehe hier an der Ecke also Achtung Hallo Hallo Ich komme auch noch nach Ich komme auch noch Jungs Hallo Jetzt ist es zu heiß hier Oh ja, aber jetzt ist es doch nicht zu klein hier Was? Hallo Ich glaube schon viel Neul hier Ist das die MTS oder? Jo Nein, also wir haben uns gerade auch kennengelernt alle hier Ah, ok Cool, äh Wisst ihr, ob es hier noch mehr Elektro gibt? Nein Ich habe immer das Gefühl, das kommt nicht los Ja Wie du? Kann sein, dass ich einen LKW höre Kann sein, dass ich einen LKW höre Kann sein, dass ich einen LKW höre Keine Ahnung Keine Ahnung Doch, ich höre Hey, hier ist ein LKW auf jeden Fall Hauptstraße kommt ja Hauptstraße? Boah, wenn das ein Faden gut wird, alter dann Ja, nicht alle auf'n Haufen, oder? Den hätte ich schon gerne fahren können Jetzt ist es weg Oh Seht ihr was? Nein, gar nichts Hier du, ähm Brauchst du eine Muni-Munition? Äh, wenn ihr was übrig hättet, würde ich es gerne nehmen Ich kann dir einen Klick geben Ach, das wäre super Das wäre perfekt Ich brauche jemand von euch FKF-Muni Könnt euch, möchtet ihr, oder möchtet jemand eine Kiste? Ich hab, ich hab hier eine, äh Ich hab hier eine Danke für die Muni Die Tür Ich hör'n wieder, ich hör'n wieder Ich hör'n wieder Ich hör'n wieder Ich hör'n wieder Es wird gar nicht alles tot hier alles tot hier da haben wir nun wenn deine Piste weg ist, du kannst, ich kann dir eine FNX geben. Wir haben hier mal eine Mackerung von euch. Ich hab hier eine FNX für dich, ich hab eine FNX für dich. Die Piers, jetzt machen wir das nicht. Danke. Ich hab schon Munition wieder. Hier will einer die Magnum jetzt nehmen, die nervt mich. Freikon. Okay, dann. Gut, dass ihr so friendly seid, Jungs. Wir könnten sogar theoretisch auch einen FNX geben. Nur zu eurer Info, ich nehm das auf, ne? Echt? Echt? Ihr seid live dabei. Nein, ich möchte meine Mutter grüßen. Und, 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 und auch ohne meinen Vater wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben 20 Zentimeter lang Lack. Jetzt fehlen noch eure Namen. Meine Hose. Die Kackige. Guck mal. Wie sicher? Wer von euch nimmt das auf? Hier. Ich, Lady mit dem Hut. YouTube-Video oder Twitch? YouTube. könntest du mir deinen kanal verraten den kanal namen guck mal unten links kann dann das lesen kommt aber erst morgen die folge was geht denn jetzt ab das ist ja nicht hier rum zu stehen was habt ihr hier jetzt noch vor bandien jahren sehr gut vielen dank vielen dank kommen wir machen ich hab auch noch was essen ne ne ist schon gut behalten nicht ruhig ich geh jetzt erstmal zu den Brunnen da hinten bei der Kirche brauchst du was ja trinken sollten wir mal zwei 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 früher oder später kommt eh jemand hier vorbei ja wahrscheinlich 10er und der macht uns dann nieder ja 10er das wär was niemals also AG und M4 und äh Poltesco und was das ist ja stimmt meistens hat man sehr viel Glück zwei 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 also sprinter auch erstmal zum Brunnen ne ja mach das nicht erschrecken nicht erschrecken nicht erschrecken ne ne ich hab wohl schon Soll Mama grün sein? Soll Mama weiß sein? Wenn jetzt jemand kommt, dann sind wir alle dran. Hat jemand zum Beispiel zum Essen getrunken? Ich könnte eine Büchse abgeben. Was brauchst du? Was habt ihr euch vor? Was wollt ihr euch machen? Wollt ihr irgendwohin gehen? Ne, bisher nichts. So, okay. Ja, wir hatten halt... Ich hab halt irgendwie gehofft, hier ist was los in Richtung Richtung. Und, äh... Boah... Ich kann irgendwo helfen, aber... Ist zwar ein bisschen was los, aber... Irgendwie nicht das, was ich auch erwartet hatte. Ja, Mann, das geht doch ganz schnell. Ich denke, wir sollten irgendwie Richtung Tscherno mal. Ne, ne, wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr irgendwo... Wenn ihr... Blablabla... Ey! Was? Wir müssen nach Berentino, da geht Friedrich ab. Ja, ist natürlich eine weite Strecke. Also wir kommen aus Tscherno und Tammen. Sobald, ah, Tscherno... Kamishovo am besten. Kamishovo, Alter. Bam, nicht abgeschnallen. Da kann man Faustkämpfe erledigen. Ja. Ich... Warum macht man PvP in Kamishovo ganz ehrlich? Ja, da treffen die beiden Leute aufeinander, die Bamm nicht spielen wollen. Weil... Da geht man einfach nur hin und Bamm nicht zu killen. Ja. Wenn dann halt eben zwei Gruppen kommt und die wollen beide Bamm nicht killen, dann kommt es eine große Fettung. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Also ist das so verdächtig ruhig hier. Ich fühle mich hier so langsam ein bisschen unwohl. Genau. Wer wird denn jetzt mitkommen nach Berentino? Ja, lass uns los. Wollen wir nicht in die DS gehen oder so? Oder wollt ihr... Ja, ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich muss meine Tochter abholen. So, ich wünsche euch viel Spaß noch, ne? Ja, ebenso. Mach's gut. Ja, danke. Tschüss. Oh. Oh. Ja, TS wär eventuell besser. Ja. Dann würd ich nämlich auch mal meine Aufnahme starten. Weil dann haben wir dann einfach zwei Sichten. Habt ihr einen TS? Oder... Wollt ihr auf unseren TS kommen? Ja, bei mir ist jetzt bisschen kompliziert auf den TS freizugeben. Wieso? Ist nicht meiner. Ja. Ja, also ihr könnt... Ihr könnt auf unseren kommen. Also nicht unser, der Göttin. Nicht uns, aber unseren Kumpers. Ja, dann lass mal irgendwo verstecken erst mal. Und Daten kurz austauschen. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Am besten hier ganz nach oben. Den Tauf. Nicht durch die Tür. Aber es kann ein, zwei Minuten dauern. Sonst muss ich nicht alles auftreten. Ja, schau mal. Ich hab kein Problem. Ja. Jetzt geht's hier richtig ab. TS. Und hoffentlich auch ein bisschen Action gleich. Ein Küchen-Tal. Soll ich jetzt ein Bier mit Haul machen? Bier. Schauen wir mal, was geht? Ein Ruf mit Bier. Ja? Bier. Der Bier wird so ein Bier. Also das ist die AD, das Letzte, was ich geschrieben habe. Dann kommt man an den Channel, ähm... ...so da. So, okay. Auch mal aber kein paar Leute, oder? Ne. Ich versuch's mal. Kein paar so. Super. Äh, auf, äh, nach Bayezina, oder? Ich brauch neue Schuhe, ich hab irgendwie Damage bekommen. So, jetzt sind wir alle drin, oder was? Ja. Super Sache. Hier, ein, ein Kollege steht hier oben noch. Ja, das bin ich. Ah, okay. Alles klar. Also sind wir jetzt zu viert unterwegs, oder wie viel sind wir eigentlich gerade? Ja, wir sind zu viert. So, ich muss jetzt nur mal schauen, irgendwas stimmt mit meiner Software nicht vom Aufnehmen. Die zeigt kein Bild an, komischerweise. Eieiei. Aber ich hab, bei mir steht nicht da mein Feed auf Sohn, das ist schon wieder komisch. Ja. Ja. So, ich mach mal so viel Ruhe für dich. Egal, wir werden schon, wir werden schon welche finden. Ja, vielleicht ist aber dann schon so. Also, Richtung Beresino dann gleich? Ja. Ja. Na gut, ich lass das mal mit der Aufnahme sein. Vielleicht komm man ja das nächste Mal noch dazu. Auch, weil, irgendwie hat's mal Grafikkarte letztens zerfetzt und jetzt will das Ganze nicht mehr mit der neuen. Also, wir sind echt zerfetzt, also richtig, komplett zu Hardware, Hardware. Ja. Du sprichst, du sprichst in-game, Nova. Oh, scheit. Ach ja, stimmt, muss ich ja gar nicht mehr um. Eben in Schuhe für dich. Wo? Absolut, ja, warte. Was ist denn, ne Batterie? Leut. Dener Magazin für die Sporter. Wenn wir jetzt ne Sporter finden, haben wir ne Sporter mit, ähm, Scope. Für den neuen Scope. Ah, ich hab Sunting Scope. Ja, sehr geil. Von einem, von einem netten Herrn, der meinte, der müsse uns beschießen in Schano. Wo sind die? Ja, ich hab sie da vorne auf Bordschuhe händelt. Soll ich, äh, scheiß Schuhe, Alter? Ja, besser als keine. Haha, ja. Okay, wo ist der letzte? Ah, da, alles klar. Ja, alle da. Wollen wir, äh, richten, am, der Straße entlang oder quer durch den Wald? So ein bisschen um den Wald anfangen. Ja. Straße, wie man so meine Schildigkeiten und, äh, schlechte Erfahrungen hat. Haha. Ja. Hast du eigentlich noch...